ich lade dich ein auf eine reise in deine innere welt setzte dich aufrecht hin du kannst im kreuzbeinigen sitz sitzen oder die füße auf den boden stellen oder eine andere position finden die für dich gut ist idealerweise ist der rücken gerade die hände legst du dort ab wo es sich gut anfühlt für dich schließe nun deine augen nimm dir einen moment zeit völlig ohne wertung wahrzunehmen wie es dir jetzt gerade geht wie fühlt sich der körper an wie fühlt sich der geist an welche gefühle sind da nun nimm einen langsamen tiefen atemzug durch die nase halte den atem kurz an und atme langsam durch den geöffneten mund wieder aus noch mal tief einatmen halte den atem und atme durch den geöffneten mund aus wiederhole das noch ein zwei mal für dich und nimm wahr wieder nervensystem sich beruhigt die schultern und das gesicht weicher werden lass den atem jetzt wieder frei fließen greife nicht mehr in den atemrhythmus ein beobachte den atem wie er kommt und geht ganz ohne dein zutun die mit der aufmerksamkeit jetzt in deine innere welt und begrüße deine innere welt mit einem lächeln stell dir vor wie vor deinem inneren auge ein ort entsteht der für deine innere welt steht vielleicht ist es ein garten oder ein palast vielleicht bist du an einem strand oder in den bergen oder an einem ganz anderen ort lass dir zeit dieses innere bild entstehen zu lassen was siehst du was nimmst du wahr wie sieht es dort aus welche farben kannst du sehen gibt es dort menschen oder tiere wie ist das licht dort ist es hell oder dunkel es gibt kein richtig oder falsch was hörst du für geräusche oder ist es dort einfach still gibt es musik gibt es geräusche von pflanzen oder tieren was kannst du riechen was kannst du riechen nimm kontakt auf was fühlst du wenn du deine innere welt erkundet nimm alles ohne wertung wahr gehe weiter liebevoll durch deine innere welt atme dabei ganz natürlich weiter in dem wissen dass egal was du siehst du hier sicher und geborgen bist bis zum nächsten Mal schau jetzt mal ob es hier irgendwo einen platz gibt an dem du dich niederlassen möchtest geht zu diesem platz hin und kuschel dich dort ein vielleicht in einem sessel oder auf dem boden im liegen kuschel dich so ein dass es sich für dich gut sicher und geborgen anfühlt und wenn du dich eingekuschelt hast lasse nun folgende affirmationen in dir wirken indem du sie wiederholst für dich geistig und indem du sie fühlst ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin meine innere welt bestimmt meine äußere realität ich pflege meine innere welt ich achte darauf was ich konsumiere weil ich weiß dass es einen effekt auf meine innere welt hat ich komme regelmäßig in meine innere welt und schaue mir an was es zu sehen gibt ich bleibe dabei liebevoll zu mir selbst ich kümmere mich liebevoll um mich selbst nach jeder reise in meiner inneren welt trete ich gestärkt daraus hervor ich bin gut so wie ich bin ich akzeptiere und ehre mich danke an mich selbst dass ich mir die zeit nehme mich kennen zu lernen schaue dich nun noch einmal in deiner inneren welt um bedanke dich bei dir selbst dass dein unbewusstes dir diese bilder gezeigt hat es ist nun an der zeit zurückzukehren in die äußere welt nimm den atem wieder war spüre den atem wie er kommt und geht spüre die unterlage unter dir schau mal ob du eine bestimmte bewegung machen möchtest und wenn du soweit bist öffne die augen und komm zurück ins hier und jetzt nimm dir gerne kurz zeit aufzuschreiben was du gesehen hast und komme so oft du möchtest hierher zurück wenn dir diese meditation gefallen hat freue ich mich über ein like und wenn du meinen kanal abonnierst aktiviere auch die glocke so dass du kein neues meditation oder yoga video verpasst namaste nein 10